Ja, ja, Verbote, Verbote und keine Einzelgeschichte. Man verbietet den Menschen einfach fast schon alles, als ob man alle nur noch auf andere hören würden. Und ich finde es nicht zulässig, dass andere Menschen wie Dreck behandelt werden. Die Moral von der Geschichte, irgendwann reicht es den Bürgern auch. Ja, ja, jetzt wird wieder bei der Bank Fieber gemessen, die Moral von der Geschichte idiotischerweise geht es wohl nicht.